Dass du X-Ray drinnen hast. Wenn er es könnte und es überlebt, dann könnte er ein bisschen farmen. Mhm. 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 Geht doch. Moment mal, das ist ja in unserer grünen Welt, sag ich es jetzt mal. Ne, ich meine im Nether oder nicht im Nether. Ich habe ja da ein Haus gebaut. Achso. Ich habe ja da ein Haus gebaut. Ja, ist egal. So, jetzt machen wir mal so. Ich habe ja da ein Haus gebaut. 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 Das Problem löse ich gerade auch mit der Kiste. Ich habe ja da ein Haus gebaut. 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 Mmh. Mmh. Ich schlage jetzt jeden Tag eine Folge hoch. Ja, ist schön. Haben wir noch Schilder? Da. Hoffentlich hat sich eure Reise gelohnt. Wer baut hier eigentlich nur Bäume zur Hälfte ab? Nee. Nee. Ja. Ja. Genau. 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 Ja. 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 du das wollen die leute drauf haben und tristan geht einer abkrieg hat einer abhörst du es nicht wahrscheinlich ist es so genau jetzt werden wenn er hier gerade ausmacht so richtig so richtig übel husten ihr habt da muss ich ein recht geben ihr hättet euch die koordinaten aufschreiben sollen woher gekommen seid ja ich denke auch viel normalerweise ihr genau so ein mega gas teil braucht man diese trink notwendig oh shit Okay. Ein Pfeil. Zum Schießen. Ja, dann verpisst euch aus diesem Gebiet. Ja, dann verpisst euch das. Ja, dann verpisst euch das.